Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt im Expertenteam von expertehilf.de und es geht um Strafrecht. Es geht um Diebstahl und konkret um Ladendiebstahl. Die Ladendiebstähle, hatte ich ja schon mehrmals erzählt, sind so Geschichten, die aus irgendwelchen Gründen immer jungen Leuten passieren oder manchmal eben auch besonders älteren. Bei jungen Leuten ist es sogar häufig so, dass tatsächlich Kinder Ladendiebstähle begehen. Und das ist ein Fall, den wir in unserer Praxis ganz häufig haben als Strafverteidiger, dass uns die Eltern aufgeregt anrufen und sagen, oh Gott, mein Kind hat im Laden was geklaut, was denn jetzt? Der Ladendetektiv hat das Kind erwischt, da war eine Riesennummer, die Polizei wurde gerufen, jetzt sollen wir uns als Beschuldigte bei der Polizei einfinden, eine Anzeige ist gemacht worden, was passiert denn jetzt? Im Grunde genommen ist diese Geschichte ganz einfacher. Kinder vor Vollendung des 14. Lebensjahres können strafrechtlich nicht belangt werden. Früher nannte man das Strafmündigkeit, jetzt nennt man das Schuldunfähigkeit. Wer das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat, ist schuldunfähig. Das bedeutet natürlich nicht, dass sozusagen die Verzogenen gehören den ganzen Tag in den Laden gehen können und dort klauen können, was sie wollen. Schadensersatzpflichtig machen sich die Eltern unter Umständen schon, wenn sie nämlich ihre Aufsichtspflicht verletzen. Also bezahlen müssen sie die geklaute Ware mit Sicherheit. Aber das Kind selbst kann nicht verurteilt werden. Das Kind kann, wenn es das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat, auch nicht Gegenstand eines Strafverfahrens sein. Das heißt, der Tipp ist tatsächlich, wenn sowas ist, ich kann durchaus der Polizeibehörde schreiben, ich werde nicht zu einer Zeugenvernehmung kommen, mein Kind kommt auch nicht, ich werde das nicht machen. Das Kind ist unter 14, es ist schuldunfähig, wir kommen nicht, wir kümmern uns nicht um das Strafverfahren. Und es muss dann eingestellt werden, beziehungsweise ein kluger Polizeibeamter oder Staatsanwalt würde wissen, dass er das Verfahren gar nicht erst eröffnen kann als solches. Ab vollendeten 14. Lebensjahr sieht das anders aus. Natürlich gilt dann Jugendstrafrecht. Im Jugendstrafrecht gibt es andere Arten von Strafen, die deutlich mehr die Erziehung in den Vordergrund stellen als die eigentliche Bestrafung. Aber ein Kind über 14 Jahren kann durchaus bestraft werden und natürlich auch wegen eines Ladendiebstahls. Ich empfehle meinen Mandanten in solchen Fällen immer, natürlich muss man das Kind bestrafen, man muss die Dinge erklären. Wir machen es sogar manchmal so, dass wir die Kinder hierher holen, dass wir sagen, du musst zum Anwalt. Es gibt ein richtiges Problem, ich erkläre als Anwalt die Strafbarkeit. Manchmal macht man sogar mit den Kindern eine Rückzahlungsvereinbarung. Natürlich muss ein Kind verstehen, dass es im Laden nicht klauen kann. Aber strafrechtlich kann es nicht zur Rechenschaft gezogen werden und es kommt auch nicht in den Knast. Das kann nicht passieren, solange das Kind unter 14 ist. Weitere Beiträge, spannende Themen rund um das Thema Diebstahl, aber auch Unterschlagung, Raub in diesem Bereich gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auf euch.